Station 1 1.3 Frau Klein, würden Sie sich bitte kurz vorstellen? Hallo, ich bin Patricia Klein. Ich habe Fremdsprachen studiert. Nach dem Studium konnte ich keine Arbeit finden und da habe ich mich selbstständig gemacht. Jetzt habe ich ein Übersetzungsbüro und einen Sprachenservice. Wer sind Ihre Kunden? Nun, wir betreuen viele Firmenkunden, meistens von kleineren Firmen, aber auch von ausländischen Firmen. Außerdem haben wir einige Privatkunden, zum Beispiel tippen und korrigieren wir Magisterarbeiten von Studenten. Wie sieht Ihr Alltag aus? Eigentlich sitze ich den ganzen Tag am Computer. Ich muss sehr viel organisieren und koordinieren. Zum Beispiel nehme ich Aufträge an, leite sie weiter, schreibe Rechnungen und suche Übersetzer für unsere Aufträge. Was war Ihr interessantester Auftrag? Im Moment betreuen wir eine ukrainische Familie. Sie wollen gerne nach Kanada auswandern und wir übersetzen Ihre Dokumente und helfen Ihnen beim Schriftverkehr. Manchmal dolmetschen wir auch.